Ahoi Leute, ich habe hier geschwind einen kleinen Bugfix für euch und zwar hatte ich bis gerade eben noch ein ziemlich ekliges Knacken hier in dem neuen Cod. Völlig egal ob ich im Hauptmenü war oder mitten im Spiel, es hat einfach ganz fröhlich und unangenehm vor sich hingeknackt. Das könnt ihr ganz locker beheben. Ihr seid auf eurem Desktop und klickt hier unten mit Rechtsklick auf das Lautsprechersymbol, danach auf Sound-Einstellungen öffnen und hier klickt ihr dann hier oben rechts auf Sound-Systemsteuerung. Dann habt ihr diesen alten schönen Modus hier von früher und wählt hier bei Wiedergabe die Hardware aus, mit der ihr Cod hören möchtet, das sind bei mir diese Speakers. Da macht ihr einen Doppelklick drauf bzw. Rechtsklick und Linksklick auf Eigenschaften und dann klickt ihr hier auf Erweitert. So, dort ist bei euch wahrscheinlich 44.100 Hertz eingestellt und das erzeugt diesen Fehler. Ihr könnt irgendeine andere Qualität wählen, ich habe einfach die nächst bessere genommen, also diese 48.000 und siehe da sofort, ich war noch ingame im Hintergrund, sofort war das Knacken weg. Viel Spaß bei weiteren Zocken, ich muss mich jetzt direkt hinhauen. Gute Nacht, ciao, ciao.